Die Leute wissen nicht, was sie wollen, hat damit zu tun, dass die Leute ein Missverständnis haben auf das Thema Ziel. Sonst würden sie es ja können. Das Problem, was die Leute haben, ist, dass die Leute nicht wissen, was sie wollen. Das ist das Problem. Die Leute wissen nicht, was sie wollen und deshalb können sie kein Ziel definieren, wo sie sein wollen. Das ist das Problem. Aber jeder weiß doch, wenn ich einen Marathon laufe, gibt es einen Start und ein Ziel. Okay, dann nehmen wir genau das jetzt. Okay, einverstanden. Super. Dann nehmen wir genau das jetzt. Oh, 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 oh. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge in unserem Evolution-Podcast. Heute reden wir über das Thema Ziele, weil letzte Woche, die Folge die letzte Woche rausgekommen ist, wir sind jetzt in so einer kleinen Zeitblase, da haben wir genau mit dem Thema aufgehört, Ziele setzen. Und damit steigen wir jetzt in dieser Folge ein. Wir hatten gerade, wahrscheinlich der Julian wird so einen kleinen Zusammenschnitt fertig machen, hatten gerade schon eine kleine Diskussion zum Thema Ziele. Genau, wahrscheinlich willst du mal direkt was dazu sagen. Der Punkt ist ja erstmal immer, was ist ja überhaupt ein Ziel? Ich will ja dabei jetzt, wie du sagst, mach das nicht so kompliziert und ich bin ja ein Freund davon, die Dinge so ein bisschen zu definieren. Also der Punkt ist ja einfach, ein Ziel ist etwas, was in der Zukunft liegt. Das ist eine Sache. Das zweite ist, dass der Zustand ein anderer ist, als er vorher war. Ja, so. Und dann hast du ja jetzt ein Thema da eingebracht, was ich sehr, sehr cool finde. Da kommen wir auch gleich zu. Ich stelle nur einfach fest, dass unsere, also viele Gespräche, die wir führen, den stellen wir ja eine Frage den Leuten. Und die Frage ist, hey, wo willst du denn als Immobilienmakler ab heute gerechnet in zwölf Monaten sein, so dass wenn wir beide uns treffen würden in zwölf Monaten und ich dich frage, hey, lieber Leon, was hast du denn als Immobilienmakler in den letzten zwölf Monaten erreicht? Was willst du dann berechtigterweise mir erzählen können? Das wäre die Frage ein bisschen so erklärt. Und da ist ja tatsächlich so ein Punkt, wo wir beide ja einige interessante Erlebnisse hatten bis jetzt, oder? Also, um nochmal ganz kurz den Hergang zu schildern. Also, ich glaube, dass den Leuten bewusst ist, was grundsätzlich ein Ziel ist. Ob es jetzt die perfekte Definition davon ist oder nicht, sei jetzt dahingestellt. Am Ende ist es wie beim Marathon. Du hast einen Startpunkt, du hast einen Zielpunkt. Du willst und... Also Start und Ende. Genau, du hast einen Start und ein Ende und du willst dieses Ziel halt, du willst da ankommen. So. Ich glaube, das eigentliche Problem oder was heißt, ich glaube, ich weiß es, ist, dass die Leute oftmals, meistens, nicht wissen, was sie wollen und deshalb auch nicht definieren können, was ihr Ziel ist. Mhm. Also, so eine Ungewissheit, was will ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Wofür mache ich die Scheiße eigentlich? Mhm. Und warum ich das weiß, ist, weil ich mache zum Teil auch das ein oder andere Onboarding bei uns. Wo wir uns genau mit den Leuten hinsetzen, die eben frisch Kunde geworden sind, um zu gucken, okay, wo willst du stehen, um einfach so eine Ist-Situation zu erstellen und gleichzeitig auch ein Ziel, um das auch irgendwie messen zu können, die Entwicklung, ja, die wir mit unseren Kunden machen. Und da fällt mir immer wieder auf, dass die Leute das nicht zusammenfassen können in Sätzen. Was sie wollen und warum sie das alles machen. Genau. Das stimmt voll. Du hast vollkommen recht. Und ich meine jetzt mal, abgesehen von Zahlen, weil ein Ziel mit Zahlen zu definieren, ist das Einfachste, was es gibt, ja. Klar, 20 Millionen als Beispiel, ja, Umsatz oder weiß ich nicht, 500.000 als Umsatz oder 30 Objekte will ich verkaufen, also in Form von Zahlen. Das ist ja noch einfach, aber es sind ja auch noch andere Dinge, die getan werden müssen, um diese Zahlenziele erreichen zu können, was ja auch wiederum dann Ziele sind. Weißt du, viele Menschen sind einfach einfach fremdgesteuert. Fremdgesteuert durch Familie, durch Medien, natürlich durch die Arbeit, durch den Job und so weiter. Und deshalb bleibt dann am Ende auch so von den Zielen her, also eins der großen Ziele ist ja immer der nächste Urlaub. Zum Beispiel. Es ist immer ein großes Ziel, der nächste Urlaub. ja, oder vielleicht eine schicke Uhr oder ein Auto oder ein Haus. Ja, und der Punkt ist aber, was ich halt feststelle ist, dass es dann am Ende doch meistens materielle Dinge sind, die als Ziele gesetzt werden. Ja, weil das ist halt so, das ist halt so greifbar. Also weißt du, so materielle... Das ist halt einfach zu beschreiben am Ende des Tages oder einfach festzulegen, sagen wir es mal so. Genau, das ist relativ einfach festzulegen, ist halt auch super sexy, wenn du halt, keine Ahnung was, deinen Karibikurlaub planst. Ist auch nichts Falsches dran. Nein, überhaupt nicht. Oder ist nichts verwerflich. Ich habe auch materielle Ziele. Überhaupt nicht. Das eigentliche Problem, das eigentliche, oder der, sag mal, wo man sich da austrickst an der Stelle ist halt, dass das immer nur eine Momentaufnahme ist. Also der nächste Urlaub ist ja auch irgendwann vorbei. So, dann hast du zwar wieder den nächsten Urlaub, den nächsten Urlaub, den nächsten Urlaub. Das kannst du natürlich sagen, ich verkürze immer die Zeiträume, dass ich sage, ich mache halt nicht nur einmal im Jahr, sondern mache viermal im Jahr Urlaub, habe ich schon viermal im Jahr ein Ziel. Also eben den nächsten Urlaub und so weiter. Der Punkt ist halt, dass diese Sachen auf Dauer betrachtet halt mal ein schönes Spiel, so ein schönes Game sind, aber das wird halt irgendwann auch mal langweilig, das Game. Das sieht man ja an dem Haus. So, weißt du, die Männlein und Weiblein haben als Ziel ein Haus, dann haben sie das Haus geschafft und dann, dann ist alles weg. Ja, was immer mit dem Ziel einhergeht, für viele eben auch nicht so ganz klar, ist eben der Zweck zu dem Ziel. Zum Beispiel der Purpose auch genannt, oder das Warum. Einfach das Warum. Weil wenn ich halt ein Ziel habe und ich weiß nicht, warum will ich das Ziel eigentlich erreichen, also warum, dann mache ich das eben nicht. Und das ist die eigentliche Frage, was die Leute nicht hinkriegen, das Warum hinter dem Ziel zu beschreiben. Genau. Das ist das Ding. Ja, weil wenn ich, das sehe ich halt bei diesen ganzen Typen, die jetzt, ich sage mal, da draußen rumlaufen und ich weiß nicht, wahrscheinlich wird demnächst einer kommen, der hat ein Rolex als Stirnband oder so. Ja, so der Art, die dann irgendwie, weil das einfach so geil zu sein scheint. Und der Punkt ist, der Punkt ist, wenn man da mal genau hinschaut, ja, wenn man da wirklich genau hinschaut, ist das Warum das Entscheidende. Nicht das Ziel, die Uhr zu haben, sondern das Warum. Und das Warum ist nämlich, dass sie identifiziert werden als erfolgreiche Menschen. Das ist der Punkt dahinter. Ja, ja, 100%. Und das ist ja total, ist fein. Das habe ich überhaupt gehabt, finde ich vollkommen gut, ja, vollkommen in Ordnung. Aber verstehst du, deshalb, dann kaufst du dir halt die nächste Uhr, die nächste Uhr, die nächste Uhr und sagst, okay, je mehr Uhren ich davon habe, umso ernster werde ich genommen, ja. Ist, 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 ist aber der, 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 Purpose dahinter, also das Warum. Kann natürlich, also ich will jetzt auch jetzt Leuten, sag ich mal, nichts Falsches anhängen, die das zum Beispiel als Investment, weil ich selber persönlich sage, Uhren sind ein gutes Investment. Absolut. Ist doch fein. Gibt es natürlich auch Leute, die das auch wirklich, weil sie die Uhr an sich geil finden. Nur mal ganz kurz, das ist ja auch keine Abwertung oder sowas, ganz easy. Der Punkt ist, fein, sollen sie machen, ja, ist total okay. Der Punkt ist nur die Motivation, ne, also der, 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 der Ursprung dahinter, ja, der ist halt wichtig, ja, weil dann, wenn du wirklich so ein starken, so ein starkes Warum hast, ja, und du sagst, ich will diese Uhr einfach haben, ich möchte die einfach haben, ja, weil das ist einfach das Ding, das ist für mich das Symbol für den Erfolg. Ob das jetzt, keine Ahnung was, eine Rolex, eine Breitling, eine Omega, scheißegal, was das für eine Uhr ist, ja, es ist jetzt etwas Persönliches, es ist etwas Individuelles, ja, genauso wie das Auto, genauso wie das Haus, ja, so, und, und, und deshalb ist das an diesen Dingen halt sehr gut messbar, ja, man kann sich daran sehr gut orientieren, die einzige Problematik, die dahinter steckt, ist halt, dass nach einer bestimmten Zeit, je nachdem, was für ein Typ du bist, nach einer bestimmten Zeit, das halt eben dann auch nicht mehr heiß macht, ja, so, oder wie ein Auto, nach drei Monaten ist es halt ein Auto, ja, so, jetzt bin ich aber ein Typ, ja, ich finde das halt auch noch nach zwei Jahren cool, also, weil, weil ich halt einfach ein Typ bin, der das total feiert, ja, der da total Spaß dran hat, ja, an solchen Sachen, ja. Ja, deshalb sage ich ja, es gibt ja einen Unterschied, als ob du, weiß ich nicht, die Uhr kaufst, weil du eben sagst, ich will einfach zeigen, dass ich mir das leisten kann, oder ob du die Uhr kaufst, weil du zum Beispiel die Geschichte von der Uhr geil findest, weil du einfach den Look, weiß ich nicht, seit du klein bist, geil findest. Exakt. Genauso beim Auto auch, ja. Exakt. Das ist ja ein Unterschied, auch was die Langlebigkeit, der Zufriedenheit mit dieser, mit diesem Objekt angeht. That's it, absolut. So, aber jetzt, aber jetzt überleg mal, wenn du da hinter den, nennen wir sie jetzt mal materiellen Dingen, ja, wenn du da halt eben ein starkes Warum dahinter hast, ja, dann ist das ja total fein, ja. Ja, so die Frage ist halt, wie langlebig ist das, um dich jetzt auch geschäftlich weiterzuentwickeln, ja, das ist ja der Punkt, ja, weil geschäftliche Ziele, die sind ja, da muss der richtige Purpose dahinter, ja, weil die Uhr, das Auto, den Urlaub, das ist ja, sag mal einfach dazu, das sind ja Mitnahmeprodukte, die du ja so oder so kriegst. Nebeneffekte einfach. Ja, das sind einfach Effekte, ich will sie gar nicht Nebeneffekte, die sind Effekte, die kriegst du einfach, ja, so, und, aber jetzt halt die Frage, was ist denn jetzt mit dem Business, wenn du jetzt ja nicht weißt, wer will ich denn überhaupt sein, ja, also, will ich dem Makler, will ich einfach nur Geld machen, ja, oder, oder was ist da mein Ziel, ja, und, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, was du gesagt hast, was wollen wir denn wirklich? Was wollen wir denn wirklich? Und das ist eine, finde ich, sehr, sehr entscheidende Frage, denn diese, was wollen wir wirklich Frage, finde ich übrigens sehr cool, was wollen wir wirklich? Das ist ja die Warum-Frage. Deshalb funktioniert, deshalb ist sie ja so entscheidend. Deshalb hast du eben so gegrinst, jetzt check es. Genau, das ist ja die entscheidende Frage, ne, das was will ich wirklich, das ist die Warum-Frage, die hinter dem Ziel steht. Ja. Da bin ich volle Pulle da, ja, aber jetzt erzähl mal, was wollen wir denn wirklich? Ja, ja, Was ich persönlich selber will. Ja, nein, generell, was glaubst du, warum wissen die Leute nicht, was sie wirklich wollen? Ich glaube, weil sie zum Beispiel das, was wir jetzt erläutert haben, gar nicht wissen. Genau. Ja, weil das Wissen dahinter fehlt, warum das überhaupt wichtig und entscheidend ist und was eigentlich diese einzelnen Fragen überhaupt bedeuten. Genau. Weil wenn ich das ja nicht weiß, dann ist mir auch gar nicht bewusst, dass ich mir da mal Gedanken drüber machen würde. Genau, wie komme ich denn jetzt dahinter, also um einen kleinen Trick zu verraten, wie komme ich denn jetzt dahinter, was ich eigentlich wirklich will im Leben? Also ich frage mal jemanden, warum bist du denn überhaupt Immobilienmakler? Ja, weil ich Geld verdienen will. Komm, wir machen das Spiel jetzt mal. Weil ich Geld, mach ruhig mal mit. Warum bist du denn überhaupt Immobilienmakler? Weil ich Geld machen will. Okay, und warum willst du Geld machen? Um ein cooles Leben zu haben. Okay, und was für ein cooles Leben willst du haben? Ich will eine zufriedene Frau, ich will ein geiles Haus, ich will ein cooles Auto, ich will Mitarbeiter und ich will ein erfolgreiches Unternehmen und ich will Marktführer werden. Okay, was bringt dir das? Also was ich damit sagen will, ist, du gehst jetzt eigentlich immer dieses What's in it for me? What's in it for me? Was ist für mich drin? Was ist für ihn drin? Also immer wieder diese Warum, warum willst du das? Warum willst du das? Warum willst du das? Bis du am Kern bist. Das ist ja wie Einwandbehandlung im Sales am Ende des Tages. Also den wahren Grund raus. Genau. Und am Ende, was häufig der Punkt ist, wenn man noch nicht richtig freigelegt hat, also man könnte das selber üben, man kann sich mit dir selber machen, die Übung. Warum, 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 warum will ich das? Okay, warum willst du das? Einfach dieselbe Frage immer weiter, bis du nicht mehr kannst. Bis du nicht mehr kannst. Bis du am Kern bist. Und der Kern, der ist dann in der Regel auch die Wahrheit, wenn du einigermaßen ehrlich zu dir bist. Ja? Und sehr häufig kommen dann die Dinge raus wie, am Ende des Tages will ich Anerkennung. Zum Beispiel. Ja, ja. Ja? Also ich will, ich will, keine Ahnung was. Ja. das ist aber immer noch nicht, ganz ehrlich, das ist eigentlich immer, ja, warum willst du denn ernst genommen werden? Ja, weil als Kind, wenn mir keiner spielen wollte oder was, oder weil, keine Ahnung was, ich keinen Schnitzel gekriegt habe, wenn ich das wollte, früher als Kind. Verstehst du? Das ist, also weißt du, der Punkt ist, wie komme ich zum Kern? Ja, wie komme ich an den Ursprung eigentlich ran? Und ich habe da letztes Mal ein Video gesehen, wo es da war, ja, und weißt du, wenn du dann deiner Leidenschaft folgst, das ist sogar schädlich für dein Business, was ein Bullshit, ja, der Punkt ist, wenn du nicht weißt, was du wirklich willst, ja, oder warum du das willst, dann, dann, ja, dann funktionierst du nicht, ja, und, nur mal als Beispiel, was ich dir kurz erklären will, ist, dass zum Beispiel Menschen, die irgendeinen krassen Mangel in ihrem Leben haben, oder hatten, ja, und ich will da halt nochmal niemanden ins unrechte Licht stellen, ja, aber jemand, der einen krassen Mangel in seinem Leben hatte, wie zum Beispiel, dass er als Kind arm war, ja, oder dass er einfach bestimmte Dinge nicht hatte, das sind sehr häufig Menschen, die einen unbändigen Willen entwickeln, das nie wieder zu haben. Nehmen wir mal einen Conor McGregor zum Beispiel, den wir ja beide irgendwie ganz cool finden, so, was das Boxen, beziehungsweise das MMA angeht, ja, und der ist schon, der ist schon, ja, der ist schon besonders, ne, übrigens hier kleiner, kleiner Tipp, ne, es gibt auf, auf Netflix eine super coole, wirklich interessante Serie, und auf Paramount gibt es einen Film. Die erste Doku damals, die gibt es auf Amazon Prime, die ist, noch besser, die beschreibt, ne, die ist nicht besser, aber die beschreibt seine, seine Herkunft und seinen Zustand, in dem er damals war, relativ gut. Armer Kerl, was ich da, worauf ich hinaus will, ist, der kommt aus armen Verhältnissen, ja, so, und der Junge hat halt einfach, wie gesagt, no front, gibt es tausend Beispiele dafür. Tausend coole Beispiele, genau, so, wir nehmen jetzt mal einfach dieses eine raus, ja, so, und dieser Typ, ja, der hat eine, der hat einfach diesen unbändigen Willen entwickelt, der hat in seinem ersten Kampf, oder einer der ersten Kämpfe, diese 50, 60.000 da verdient, obwohl er ein paar Tage vorher noch irgendwie in, keine Ahnung was, Empfindungen oder irgendwas hatte, ja, und, und, oder Toiletten geputzt hat, ja, oder Toiletten geputzt hat, was auch immer, ja, und das ist halt etwas Krasses, was halt gerade Leute, die eben nicht aus so reichen, oder gut betuchten, und gut situierten Verhältnissen kommen, halt eben entwickelt haben, und das ist halt schon halt ein Brett, ja, weil die haben halt dieses starke, Why auf die Thematik, ne, auf die Thematik Geld, in dem Falle, ne, oder Finanzen, so, und so kannst du einfach, ähm, sehr, sehr gut herausfinden, was willst du wirklich, aber auch hier eine kleine Warnung, das Thema Geld ist, ein, ein, ein ziemlich, ja, tiefes Thema, ja, also tief im Sinne der, der, der langfristigen Motivation, das, das schaffst du über einige Hürden drüber zu kommen, keine Frage, aber am Ende, ähm, macht es schon Sinn, wenn es ein bisschen mehr wird, ja, und du siehst ja bei Künstlern, äh, und auch so Showstars häufig, ne, so, dass halt so Drugs und Alkohol und so ein Zeug halt auch häufig ein Thema ist, ja, weil Ruhm und Anerkennung sind am Ende nicht das, was einen wirklich happy macht. Ja, gebe ich dir zu 100% recht, wobei ich auch da sagen will, es gibt, wenn ich, wenn ich so TikTok sehe und so von manchmal Leuten, die sagen, Geld ist für mich gar nicht wichtig und so ist auch Bullshit, also, finde, ne, also es ist so eine Balance, weil am Ende des Tages wollen wir auch alle Geld verdienen und alle Spaß haben. Musst du ja, sonst kannst du ja keinen geilen Scheiß machen, also da gehört Geld dazu, ne. Ich würde sagen, damit haben wir es für das Thema Ziele, weil alles, was tiefer geht, äh, da sollen die Leute dann zu uns, äh, oder sich bei uns melden und wirklich mit uns zusammenarbeiten, um zu schauen, dass wir euer Business gemeinsam aufs nächste Level bringen, wo natürlich Ziele ein wesentlicher Bestandteil davon sind, oder? Ja, genau, da würde ich aber noch gerne eine Sache zu sagen, weil es kann ja auch mal sein, dass man manchmal seinen Weg auch verloren hat, ja, dass man einfach keinen Spaß mehr hat, ja, und wir haben es x-mal geschafft, wir haben es wirklich x-mal geschafft, x-mal, ja, unzählige Male geschafft, Menschen, die verrutscht, ausgerutscht sind, ähm, und das meine ich jetzt nicht finanziell, die müde von ihrem Business waren, genau, die müde von ihrem Business waren, wieder zu reanimieren, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie wieder richtig Böckchen auf das Business bekommen haben, sehr, sehr erfolgreich geworden sind, ja, und wenn du da draußen wirklich Bock hast, ja, wenn Leute da draußen Bock haben, ähm, einfach wieder so richtig Spaß an dem Business zu kriegen und, und, und Lust haben auf Immobilienmakler, Lust haben, Immobilien zu verkaufen und ein Unternehmen aufzubauen, dann sind sie bei uns und wenn sie dann auch noch Kompetenzträger haben wollen, die ihnen den Weg zeigen, die ihnen wirklich eine Blaupause liefern und am Ende des Tages ihnen Step by Step sie an die Hand nehmen und das auch noch persönlich, dann sind sie bei uns genau richtig, in diesem Sinne. In diesem Sinne, liken, kommentieren, nicht vergessen und unten in der Infobox gibt's alles Weitere. Ciao. 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 Vielen Dank.